Moin zusammen! Ich hatte ja schon mal zwei Videos zum Thema Werkzeugeinlagen. Die erste war, wie man das manuell macht, wenn man keine CNC hat und keine Lust hat, Werkzeuge zu digitalisieren. Die zweite war das Digitalisieren von Werkzeugen und das Fertigen dieser Einlegematten auf einer Mostly Printed CNC. Mittlerweile habe ich CNC-mäßig ein bisschen geupgradet und habe auch ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt, wie man solche Werkzeugeinlegematten am besten designt und die Werkzeuge vorher digitalisiert. Das zeige ich euch in diesem Teil. Das Digitalisieren von Werkzeugen ist eigentlich nur a. Werkzeug fotografieren, b. Werkzeug vom Hintergrund freistellen. Damit es aber gut funktioniert, gibt es ein paar Punkte, die man beachten sollte. Idealerweise nimmt man eine Durchleuchte als Hintergrund, um maximalen Kontrast zu erzeugen. So etwas habe ich aber nicht und schaffe ich mir auch nicht extra an. Deshalb habe ich ein LED-Panel, das ich noch hatte, genommen. Ein Tablet, das ein weißes Bild anzeigt, bei maximaler Hintergrundbeleuchtung funktioniert genauso. Fotografieren sollte man das Ganze mit einem Stativ. Ich benutze zum Film üblicherweise ein Weitwinkelobjektiv, diesen zum Fotografieren der Werkzeuge aber eher ungeeignet durch die perspektivische Verzerrung. Deshalb tausche ich das Objektiv. Dann bringe ich das Stativ so nah wie möglich an den beleuchteten Tisch heran und fahre das Stativ so weit aus, wie es nur geht. Und dann bringe ich das Stativ oder die Kamera in eine 90 Grad Position direkt über dem beleuchteten Tisch. Wenn die Kamera einen guten Zoom hat, dann ist es wirklich besser, dass man weit weg vom eigentlichen Objekt ist und dann lieber durch das Objektiv wieder heranzoomt. Dann nehme ich mir ein Blatt Papier als Hintergrund. Das nehme ich nur, um die starke Hintergrundbeleuchtung durch das LED-Panel ein bisschen abzumildern. Wenn das immer noch zu stark ist und wenn man merkt, dass es immer noch überbeleuchtet ist, dann einfach noch ein zweites Blatt Papier oben drauflegen. Meine Kamera hat in diesem Fall Sensoren, damit ich die Kamera winklig zum Tisch ausrichten kann. Das hat lange nicht jede Kamera, ist auch nicht unbedingt notwendig. Ich kann mich einfach dann versuchen, mit dem Auge abzuschätzen, ob die Kamera wirklich winklig steht. Dann versuche ich das Objekt in die Mitte des Bildes zu bringen und zoome mit dem Objektiv so weit ran wie möglich, damit das größte Objekt auf dem Bild noch Platz findet. Durch die hohe Position der Kamera und dann das Heranzoomen wieder auf das eigentliche Objekt, werden Fehlerquellen durch das Objektiv nochmal weiter gemindert. Um maximalen Kontrast zu erreichen, erhöhe ich die Tiefenschärfe etwas und danach nehme ich den niedrigsten ISO-Wert, den ich an der Kamera einstellen kann, um die starke Hintergrundbeleuchtung etwas einzudämmen. Wie man sieht, hat man jetzt einen sehr guten Kontrast. Und in dieser Position und mit diesen Einstellungen fotografiere ich jetzt die einzelnen Werkzeuge von oben einfach ab. So, die gemachten Bilder habe ich jetzt mal auf meinen Rechner kopiert und die sehen jetzt so aus. Also, da sieht man jetzt von den Details von Werkzeug selber nicht besonders viel. Das ist auch gewollt, denn man soll ja vor allem die Umrandungen, also die Konturen des Werkzeugs selber gut erkennen können. Dazu habe ich ja erwähnt, werde ich diesmal nicht mit Adobe-Produkten oder mit mehreren umständlicheren Schritten arbeiten, sondern mit einem Tool, das heißt Contour Trace 2020. Contour Trace ist eine spezialisierte Software, die Konturen extrahieren kann. Und ich zeige euch mal, wie das Ganze funktioniert. Wir nehmen jetzt einfach mal die große Messschraube und da sehen wir, da hat er auch schon ein paar Konturen erkannt. Hier so am Blatt entlang und rund um das Werkzeug. Die am Blatt benötigen wir natürlich nicht. Wir sehen auch hier unten, der hat 144 Konturen insgesamt gefunden. Die brauchen wir nicht. Wir brauchen nur eine Kontur. Deswegen gucken wir erstmal bei der Erfassung, dass wir nur die Außenkonturen erfassen. Und dann schneiden wir das Bild so zu, dass er nur den Ausschnitt vom Werkzeug selber hat. Dazu gehen wir hier in diese Reiterleiste. Das stellt die Verarbeitungspipeline dar. Wer nicht weiß, was eine Pipeline ist, das ist einfach nur die Reihenfolge von unterschiedlichen Aufgaben, die das Programm so auf das Bild anwendet, um am Ende dann auf die fertigen Konturen zu kommen. Das heißt, am Anfang steht das Eingangsbild, dann wird die Kamerakalibrierung auf das Bild angewendet. Die ist bei mir aus, weil ich keine Kamerakalibrierung benötige. Die braucht man nur, wenn man eine Linse in der Kamera hat, die besonders stark das Bild perspektivisch verzerrt. Da muss man halt dann erst die Kamera kalibrieren, damit die Software das entsprechend rausrechnen kann. So, aber der dritte Punkt Maske bedeutet, wir schneiden das Bild jetzt erstmal auf eine Größe zu, die entsprechend dem Werkzeug ist, sodass wir nur noch das Werkzeug drin haben. So, und jetzt sehen wir hier unten, sind die roten Punkte grün geworden und wir haben nur eine Kontur gefunden und genau das wollen wir haben. Jetzt können wir hier noch unterschiedliche Sachen auf das Bild anwenden, zum Beispiel den Weichzeichner. Wenn ich den Weichzeichner mal ausmachen würde, dann sehen wir, dann haben wir ganz, ganz scharfe und detaillierte Konturen. Wenn ich da mal ranzoome, dann sehen wir hier, hat er ganz viel so gekrisselt, weil er teilweise hier Dinge von der Messschraube als Kontur erkannt hat, was aber eigentlich gar keine Kontur ist. Das gleiche trifft auch hier oben zu. Um das rauszubekommen, kann man den Weichzeichner nutzen. Der sorgt dafür, dass das Bild verschwommen ist. Also es wird so ein Blur-Effekt angewandt auf das Bild. Und dann sieht das Ganze so aus. Das heißt, diese Konturen, die hier vorher schwer vom Hintergrund zu trennen waren, sind jetzt halt nicht mehr sehr scharf gezeichnet, sondern weich. Und dann ist es viel einfacher für das Programm hier, die Konturen zu erkennen. Und umso stärker der Weichzeichner ist, umso weiter geht auch die Linie der Kontur raus. Das heißt, das ist ein Abstand von der eigentlichen Konturlinie. Was auch von Vorteil ist, wenn man Werkzeugeinleger macht, weil das Werkzeug an sich ja dann ein kleines Stückchen größer wird und das Werkzeug würde dann besser in die vorgegebene Position passen. So, im Prinzip ist eigentlich schon alles gut. Gehe ich einmal auf Export und müsste das Ganze jetzt auch nochmal kalibrieren. Das ist mein erstes Bild, was ich gemacht habe. Und hier gebe ich jetzt an, wie groß irgendetwas auf dem Bild ist. Am besten kann ich das hier bei den Bolzen machen, denn der hat einen bekannten Durchmesser. Der ist einfach zu messen und der wurde auch ziemlich gut erkannt. So, den messe ich mal kurz nach. Der hat 6,3 mm. So, und damit ist eigentlich schon alles erledigt. Jetzt speichere ich das ab. Unter Messschraube 25,50 und kann das nächste Bild machen. So, als nächstes zeige ich euch mal ein Beispiel von einem Bild, das eher schwierig ist für die Software. Nämlich dieser Hammer hier. Das ist ein Schonhammer. Den habe ich auch ohne Papierhintergrund abfotografiert. Das heißt, hier ist nur das LED-Panel direkt hinter und man hat einen sehr weißen, hellen Hintergrund. Problemzonen entstehen dann zum Beispiel hier beim Gussteil hier oben. Der reflektiert sehr stark. Und da hat die Software keine Chance, irgendwelche Konturen zu erkennen. Außerdem sind die Schon-Seiten vom Hammer selber auch noch transparent. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit für die Software hier, irgendwelche kontrastreichen Konturen zu erkennen. Das heißt, das Erste, was wir mal machen, ist, wir versuchen mal das Maximum aus dem Bild rauszuholen. Man sieht selbst jetzt mit der definierten Maske, also dem Ausschnitt vom Bild, hat er immer noch drei Konturen erkannt. Vielleicht kann man noch irgendwas mit dem Weißzeichner machen, aber das sieht mir nicht so aus, als könnte man da noch irgendetwas rausholen. Jetzt der Schwarz-Weiß-Filter. Der wird auf jeden Fall noch mal ein bisschen was machen können. Wir ziehen mal den Schwarzwert hoch. Da sieht man dann auch, dass der Stiel direkt breiter wird. Ziehen noch mal ein bisschen mehr hoch. Noch mal mehr. Irgendwann, wenn man es übertreibt, dann wird halt der ganze Hintergrund schwarz. Und hier sehen wir, jetzt haben wir schon die Schon-Seiten des Hammers mit dabei, dadurch, dass wir die Schwarzwerte nach oben korrigiert haben. Und jetzt vergleichen wir mal die Konturen dann mit dem Original. Und da sehen wir, da ist auf jeden Fall einiges passiert. Der Stiel ist jetzt voll drin, die Schon-Seiten des Hammers sind voll drin. Und selbst hier oben am Gussteil, da wo es auch stark reflektiert, hat er Konturen erkennen können. Nur hier unten, da ist es immer noch ein Ding der Unmöglichkeit für die Software, irgendetwas zu erkennen. Und das wird man auch durch weitere Filtermöglichkeiten in diesem Tool hier nicht beheben können. Aber da gibt es einen anderen Trick. Da helfen wir der Software auf andere Weise. Wir öffnen das Bild jetzt einfach mal in Paint. Also brauchen wir keine spezielle Software für. Paint reicht da vollkommen aus. Und wir helfen der Software insofern, dass wir ihr einen Tipp geben, wo die Kontur denn hier vom Hammer entlangläuft. Dazu nehme ich mir das Linientool im Paint. Und das Einzige, was ich mache, ist, ich ziehe hier einen Strich. So. Und das Bild speichere ich so ab. Dann gehe ich wieder zurück in Contour Trace 2020, mache wieder Einlesen. Und hier sehen wir jetzt die Striche. Und wir sehen, dass hier die Kontur jetzt erkannt werden konnte. Jetzt kann man noch mit der Position des Strichs ein bisschen spielen. Wenn einem jetzt die Kontur zu weit runtergerutscht ist, kann man wieder zurück in Paint gehen. Und den Strich einfach ein bisschen weiter oben ansetzen. Speichern, neu einlesen. Und dann sehen wir, dann wird die Kontur ein bisschen weiter nach oben gezogen. So. Und nicht desto trotz haben wir hier oben immer noch diese weitere Kontur, die erkannt wurde. Wir haben jetzt insgesamt vier Konturen, die noch erkannt wurden. Das kriegen wir jetzt aber auch durch Paint weg. Und hier sehen wir auch, dass es unterbrochen worden ist. Da helfen wir dem Tool jetzt auch nochmal durch einen weiteren Strich. Hier. Und das ist wirklich einfach schwer zu erkennen. Da helfen wir dem Tool, indem wir einfach einmal drüber malen. Speichern, neu laden. Und dann sehen wir hier, die Konturen, die erkannt wurden, sind jetzt durchgängig. Wir sehen hier unten, es wurde nur eine Kontur gefunden und die Konturen entsprechen so ziemlich denen des Hammers. Wir haben hier noch so ein paar Ausreißer. Wir haben hier diesen Bogen, aber in Wirklichkeit gibt es da keinen Bogen. Da könnte man jetzt mal gucken, ob man, wenn man die Schwarzwerte noch weiter erhöht, ob man da noch ein bisschen was rausholen kann. Hier, das ist jetzt auch gerade. Also man sieht, man kann da schon durch ein paar Tricks, selbst bei solchen vollkommen überbelichteten und echt schweren Objekten, nochmal einiges rausholen. Und auch hier die Konturen sauber erkennen. So, ich habe jetzt alle meine Werkzeuge bearbeitet. Das sah jetzt für die Dinge, die ich euch gezeigt habe, vielleicht super kompliziert und langwierig aus. Aber glaubt mir, wenn ihr die ersten zwei, drei Werkzeuge bearbeitet habt, dann geht das danach wirklich ruckzuck von der Hand. Weil wenn alles richtig eingestellt ist und ihr an der Kameraposition nichts verändert habt, dann ist das einfach nur neues Bild öffnen, exportieren, neues Bild öffnen, exportieren. Weil er die Konturen alle super sauber direkt erkennt. So, jetzt Fusion 360, weil wir wollen die Matte designen und ausfräsen. Ich mache erstmal eine neue Komponente und die nenne ich mal Matte. Und da erstelle ich eine neue Skizze drauf. Und diese Skizze orientiere ich dann auch so direkt, wie ich sie auf der CNC fräsen würde. Das heißt, ich habe nach oben gehend die Y-Achse, nach rechts gehend die X-Achse. Die Größe der Matte ist folgendes. Das Ding ist 625 mm lang und 317 breit. So. Und die Matte ist 30 mm dick. So, jetzt können wir ganz einfach über Einfügen und DXF-Datei einfügen, eine Kontur von irgendeinem Werkzeug hier reinladen. Ich empfehle aber, die einzelnen Werkzeuge auf jeden Fall in getrennte Komponenten zu importieren. Weil das Ausrichten und Manipulieren auf jeden Fall einfacher wird, wenn es eine eigene Komponente ist. Also, ich nenne jetzt einfach mal dieses Werkzeug hier, nehme mal die Messschraube als erstes. Und hier in diese Komponente füge ich jetzt eine DXF-Datei ein und wähle diese aus. Äh, hallo? Achso, ne, die Ebene. So. Ebene ist die Oberseite der Matte und die Datei ist... Jetzt muss ich das wieder raussuchen. Matte. Äh, buch. Hier. Und dann nehmen wir mal die Messschraube 2550. 2550, wo ist sie denn? So viele Dateien. Messschraube 2550. So. Also hier muss ich jetzt nicht mehr großartig machen. Äh, das passt alles so. Einfach okay. So. Die Messschraube ist auf jeden Fall auch ein gutes Beispiel für ein Werkzeug, was man nicht mal eben über ein Foto im Hintergrund hier in Fusion 360 einfach so mal nachzeichnet. Äh, das würde Ewigkeiten dauern, definitiv länger als die Kontur schnell mit Contour Trace zu erkennen. Für alle diejenigen, die jetzt wieder denken, ach, was macht der da wieder für einen Aufwand, das kann man auch einfach ganz easy nachzeichnen. Ja, mach das mal mit der Messschraube und mach das mal mit, keine Ahnung, drei, vier verschiedenen Messschrauben, die ich habe. Plus nochmal weitere kompliziertere Werkzeuge. Äh, das macht dann irgendwann auch keinen Spaß mehr. Da ist das automatische Erkennen auf jeden Fall einfacher. Äh, würde ich auf jeden Fall immer bevorzugen. So, jetzt haben wir das Teil hier auf der Matte. Ähm, wir können jetzt das Ding hier fröhlich rumschieben, wo wir das am Ende haben wollen. Wir können es drehen. Und wir können da alle möglichen Sachen machen, äh, wie wir so lustig sind. Äh, ich lasse das jetzt einfach mal in der 90 Grad Position weiterhin ausgerichtet. Man muss ein bisschen aufpassen, welche der Knöpfe man hier verwendet, um das Ding zu verschieben. Man kann das ganz leicht auch hier mal verwechseln und dann manipuliert man die Höhe. Und, ähm, jetzt in dem Fall ist mir das nicht passiert, aber ich habe schon Matten gemacht, da ist mir das passiert. Da hatte ich auf einmal die Kontur irgendwo hier in der Luft schweben. Da konnte man dann nichts mehr mit anfangen. So, ich lasse die Messuhr jetzt einfach mal in der Ausrichtung. Und jetzt muss die Messuhr noch extrudiert werden, also in das Material rein. Dazu ist es wichtig, dass man hier oben die Matte als aktive Komponente auswählt. Wir nehmen dann die Fläche von der Messschraube und sagen, die soll minus 20 in das Material extrudiert werden. So, und jetzt sieht man hier auch schon, da ist genau die Umrandung, die Kontur der Messschraube jetzt in das Material rein extrudiert. Da muss man also jetzt nichts mehr großartig machen. Das Einzige, was man vielleicht machen sollte, also speziell bei filigraneren Teilen, wo hier der Messbolzen dran ist, oder bei Messuhren unten mit der Messnadel, die können ruhig ein bisschen breiter ausfallen. Dann ist es einfacher, das Werkzeug da reinzulegen und rauszuholen. Und gerade bei Messuhren ist es so, ich zeige euch das jetzt mal einfach bei einem Messtaster. Da ist es nämlich besonders blöd. Messtaster und dann füge ich mal den auf die Matte. Und ich nehme mal den Messtaster. Den da. So. Also auch wurscht, wo der jetzt ausgerichtet ist, das können wir alles so lassen. Was man hier unten sieht, ist, hier unten ist ja die Tastnadel und die ist, also der Kopf ist vielleicht 2 mm breit oder so, 3 mm maximal. Der ist sehr filigran. Und bei den Messtastern ist es auch so, wenn das jetzt hier super spack wäre und man drückt die Uhr da rein, dann kann es auch gut sein, dass der Taster auslöst und hochgedrückt wird. Und das ist auch keine so gute Idee, wenn man die Dinger lagert und dann konstant der Federmechanismus im Inneren belastet wird. Da sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass die Nadel hier unten genug Platz hat, dass sie nicht ausgelöst wird, wenn man den Messtaster dann in die Matte steckt. Den extrudiere ich jetzt einfach auch mal, gehe ich mal auf die Matte und extrudiere das Ganze minus 20. So. Jetzt sehen wir auch schon, dass es echt knapp hier. So, was man jetzt noch machen kann, ist, die Konturen zu vergrößern, damit halt dann zum Beispiel hier der Taster des Messtasters mehr Platz hat. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Die erste wäre, wir könnten einfach auf die Messtaster Komponente gehen und wir sehen hier unten links, da ist eine Zeichnung. Was wir hier machen können, ist, wir können die existierende Kontur nehmen und einen Versatz erstellen. Das heißt, wir drücken einmal O und dann können wir sehen, wir können jetzt hier von der originalen Kontur ausgehend einen Versatz nach außen bilden, zum Beispiel einen Millimeter. Dadurch ist das gesamte Objekt jetzt einen Millimeter breiter. Das ist eine Lösung. Das heißt, wir drücken hier OK, Skizze fertigstellen. Wichtig ist dann, wenn wir wieder zurück auf die Matte gehen, falls wir das schon extrudiert haben, müssen wir auf die Extrusion gehen und dann hier auch die neuen Konturen oder die neuen Flächen, die durch den Versatz entstanden sind, mit auswählen. Drücken OK und jetzt sehen wir hier, haben wir da genug Platz für die Messnadel und das ganze Ding ist auf jeden Fall wesentlich größer geworden. Eine andere Möglichkeit, die es gibt, falls man schon extrudiert hat und die Skizze nicht manipulieren möchte, man kann auch das Push-Pull-Tool auf Englisch, auf Deutsch heißt das Ding Drücken-Ziehen, verwenden. Dazu gehen wir einfach hier auf die extrudierte Fläche und sagen, das Ding soll minus ein Millimeter und jetzt haben wir das Teil halt auch ein Millimeter breiter gemacht, ohne die Skizze vom Original irgendwie zu manipulieren. Wir haben jetzt einfach nur die Extrusion um ein Millimeter verbreitert. So, jetzt wollen wir irgendwie das Ding hier ja auch rausholen können. Dazu müssen wir Griffmulden machen. Und ja, da kann sich im Prinzip jeder selber überlegen, wie er das gerne hätte mit den Griffmulden. Ich mache mir die Griffmulden immer dahin, wo ich das Werkzeug auch sonst so anpacken würde. Wäre zum Beispiel blöd, eine Griffmulde hier bei der Messschraube direkt am Bolzen zu machen, weil am Bolzen wollte ich auf gar keinen Fall das Werkzeug rausholen, wenn dann hier am Bügel oder am Griff selber. Ich entscheide mich jetzt hier für den Bügel, weil der ist so ziemlich das massivste und unempfindlichste am ganzen Werkzeug. Dazu mache ich jetzt hier auf der Matte selber einfach eine neue Skizze und erstelle eine Nut. Und zwar von Gesamtlänge, also ein Langloch von einem Außenpunkt bis einem anderen Außenpunkt. Da mache ich den zum Beispiel mal 50 mm lang. So, und damit man da auch ordentlich reinkommt, mache ich den mal 2 cm hoch, also 20 mm. So, jetzt kann man den auch noch ein bisschen ausrichten, wenn man das möchte. So, fertigstellen und den extrudiere ich mir auch minus 20 und dann habe ich hier die Griffmulde. Wenn das Werkzeug also hier drin liegt, dann kann ich hier über diese Aussparungen das Werkzeug wieder rausziehen. Ja, also bei der Geschichte würde ich einfach mal Reststücke von der Matte nehmen und ein paar Tests einfach ausfräsen und gucken, was einem da jetzt irgendwie am liebsten ist, wie man es hätte. Im Netz gibt es ja auch einige Fotos von so Einlegeplatten von anderen Leuten oder von Firmen, die solche Sachen herstellen, dann kann man sich ja da auch noch ein paar Sachen abgucken, wie die das so machen. So, ich designe jetzt mal meine Matte für mein Messwerkzeug und dann zeige ich euch, wie ich das Ganze ausfräsen würde. Jetzt sind wir in der fertigen Ansicht von Fusion 360 und das ist meine fertige Matte. Was gibt es zu beachten? Ich nutze einen 6mm und einen 3mm Fräser, die extra für Schaumstoff vorgesehen sind. Die Links zu den beiden Fräsern habe ich in die Videobeschreibung gepackt. Man braucht zwei, weil der große 6mm Fräser ist zwar ohne weiteres in der Lage, zum Beispiel hier diese große digitale Messschraube oder auch die Position der Wasserwaage einfach auszufräsen, das ist kein Ding, aber wir haben filigrane Anteile, wie zum Beispiel hier diese Schraube von dem Messschieber oder halt irgendwie kleinere Windungen, hier zum Beispiel dieser Sechskant, der hier drin ist. Die Ecken werden auf keinen Fall von einem 6mm Fräser erreicht. Ja, deswegen braucht man einen größeren für die großen Flächen, damit man schnell Material wegbekommt und einen kleineren, der dann die etwas unzugänglicheren Stellen nachfräst. Der Trick beim Schaumstofffräsen ist eigentlich, dass man Vollgas gibt. Ich mache mal hier meine Werkzeugbibliothek auf und gehe mal auf Schaumstoff. Da haben wir einmal den 6mm Fräser und bei dem 6mm Fräser Schnittdaten bin ich mit einer Drehzahl von 24.000 Umdrehungen unterwegs und einem Vorschub von 10.800 mm die Minute. Das ist sicherlich jetzt auch noch nicht mal alles. Da könnte man noch mehr machen, also zumindest jetzt mal auf der Aluline sowieso. Das interessiert die überhaupt gar nicht, wie die durchs Material geht. Das Problem ist nur, dass man diese Geschwindigkeiten wahrscheinlich niemals erreichen wird. Wenn man sich das Ganze mal anschaut hier, dann haben wir hier so ein paar gerade Flächen, wo man ordentlich Gas geben kann. Aber wir haben auch sehr viele Flächen oder Teile, Konturen, die halt so Details vom Werkzeug haben, die den Fräsvorgang auf jeden Fall wieder abbremsen, weil hier Richtungswechsel drin sind und sowas. Das heißt, diese 10.800 mm die Minute wird man eher seltenst erreichen, bei der Wasserwaage hier zum Beispiel. Ansonsten wird das eher langsamer vor sich gehen, aber man darf mit diesen Schaumstofffräsern nicht unbedingt vorsichtig umgehen. Man muss da wirklich ruppig, ordentlich Material wegnehmen, weil man sonst erstens Ausfransungen hat an den Kanten und zweitens sich das Material auch recht schnell um den Fräser wickelt. Umso mehr Material man umso schneller wegnimmt, umso weniger Probleme hat man damit. Und ich empfehle auf jeden Fall auch eine Staubabsaugung, die ordentlich Luftsog erzeugt. So, dass wenn man hier oben an der Kante mit dem Fräser in Lang fräst, dann wird halt ein langes Stück Schaumstoff abgeschnitten, was sich dann auch direkt um den Fräser wickeln könnte. Und wenn man eine starke Absaugung da dran hat, dann wird die sofort in den Absaugkanal reingesogen und sobald das lange Stück abgeschnitten ist, ist es dann halt auch weg und kann sich nicht noch großartig um den Fräser wickeln. Gut, also, wie gehe ich vor? Ich mache erst einmal die Griffmulden, weil die Griffmulden bei mir teilweise nicht ganz ins Material reingehen, sondern so ein bisschen oberhalb liegen, also nicht auf die volle Tiefe, die zum Beispiel das Werkzeug hat, was da rein eingelegt wird. Und wenn man Kanten hat, scharfe Kanten wie diese hier zum Beispiel, dann neigt das beim Schaumstofffräsen auch dazu, dass so ein bisschen Gefissel da noch so hängen bleibt. Wenn man zum Beispiel erst das Werkzeug machen würde, also dann hier die innenliegende Fläche schon komplett freigeräumt ist und dann macht man erst die Griffmulden, das sorgt auf jeden Fall dafür, dass an dieser Ecke hier Zeug hängen bleibt. Weil, das kann man sich ungefähr so vorstellen wie beim Bohren, also man bohrt in eine Tischplatte, wo unten drunter nichts mehr ist, man bohrt dadurch mit voller Kraft von oben und dann reißt das Material unten aus. So ist das halt auch hier. An der Stelle wäre kein Material mehr, was diesen Schnitt hier in irgendeiner Form unterstützt und das Material ist halt so biegsam, dass es dann nicht mehr abgefräst oder geschnitten würde, sondern das franzt halt hier an der Kante aus. Danach fräse ich dann die Werkzeuge und zwar mit dem 6mm Fräser. Die fräse ich einfach als Tasche aus, das heißt ich markiere die Konturen der einzelnen Taschen und lasse die mit dem 6mm Fräser ausfräsen. Keine besonderen Einstellungen und wenn ich die Werkzeuge dann mit dem 6mm Fräser ausgehoben habe, dann wechsle ich auf den 3mm Fräser. Das heißt, ich habe diese beiden Bearbeitungsschritte hier einfach kopiert. Das sind dann die beiden, die habe ich schon umbenannt. Und habe bei diesen Bearbeitungsschritten einfach nur den 3mm Fräser ausgewählt und bin unter Geometrie in die Restmaterialbearbeitung gegangen und habe hier definiert, vor diesem Bearbeitungsschritt in exakt den gleichen Taschen schon mal einen Fräser unterwegs war und der hat 7mm gehabt. So, jetzt wissen wir, der Fräser hatte eigentlich nur 6mm, aber wenn man das ein bisschen größer macht, dann ist mein Erfahrungswert, fräst er tatsächlich alle Stellen aus, die der 6mm Fräser nicht erreichen konnte. Wenn man das genau auf 6mm macht, dann habe ich schon festgestellt, dass teilweise Zeug stehen bleibt, weil Fusion 360 der Meinung war, da hätte der 6mm Fräser doch hingekommt und in Wirklichkeit war er aber gar nicht da. So, und was ich auch ändere, ist, dass ich hier eine Einfahrt aktiviere. Das ist deswegen so, dass der Fräser teilweise filigranere Stellen nachfräsen muss, die teilweise schon Material weg haben und damit das halt nicht so ausgefranst wird, am Ende aktiviere ich die Einfahrt. Ja, das kann man einfach mal selber ausprobieren, mit was man jetzt hier bessere Ergebnisse bekommt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich Einfahrt bei der Restmaterialbearbeitung aktiviere, dass es dann etwas besser wird. So, das war alles. Die Bearbeitungsfahrt, die man hier sieht, entsprechen genau dem, was man haben möchte. Man sieht hier, der fährt halt nur an die Stellen rein, wo der 6mm Fräser nicht mehr hingekommen ist. Und genau an solchen Kanten hier zeigt sich halt der Unterschied zwischen aktiviertem Einfahren ins Material und deaktiviertem. Dadurch, dass hier nicht mehr viel zu bearbeiten ist, wird die Kante sauberer, wenn man Einfahrt aktiviert hat. So, es gibt dann aber, wenn das Ding hier durch ist und alles ausgefräst hat, trotzdem noch Problemstellen, nämlich zum Beispiel diese Messtaster-Nadeln. Die wird auch der 3mm Fräser, wie man hier sieht, nicht ordentlich ausfräsen. Diese Spitze hier unten, die will er einfach nicht fräsen. Und da muss man Fugness 360 einfach davon überzeugen, dass das trotzdem eine gute Idee wäre, die auszufräsen. Und was ich da mache, ist, ich gehe zurück in die Design-Ansicht, beziehungsweise in Deutsch die Konstruktions-Ansicht. Und wenn man hier auf die Matte geht, dann sieht man, habe ich hier eine Skizze erzeugt. Und diese Skizze hat nur hier eine Linie und da eine Linie drauf. Und diese Skizze lasse ich mir dann in der Fertigungsansicht einfach anzeigen. Ich gehe einfach hier unter Modelle, Mathe, Skizzen und das ist die einzige Skizze, die angezeigt wird. Und dann mache ich eine Operation unter 2D, die nennt sich Projektion. Und in der Projektion markiere ich dann diese Linien aus der Skizze als Kurvenauswahl. Also hier sieht man blau markiert, das ist die Kurve, die ich abfahren möchte. Leider kann ich nicht beide nehmen, weil es sonst Probleme gibt. Das geht mit einer Projektion nicht. Da muss ich halt dann zwei Projektionen draus machen. Aber ich wähle diese Linie aus und sage dann, dass der axiale Versatz, also unter Durchgänge, gibt es den Punkt, dass ich hier einen axialen Versatz auswählen kann. Und den setze ich dann auf minus 25 Millimeter. Also das ist dann die Tiefe, die die Messuhr in dieser Tasche halt hätte. Und ja, da fährt er einfach nur mal stumpf drauf. Das Gute ist, dass man bei einer Projektion auswählen kann, wie diese Linie hier verfolgt werden soll. Also man kann sagen, dass sie an der Außenkante verfolgt werden soll. Man kann sagen, dass der Fräser im Zentrum entlangfahren soll. Und das ist genau das, was ich hier brauche. Also der Fräser soll im Zentrum dieser Linie einmal hier entlangfahren auf der Tiefe der Tasche und damit hätte man dann am Ende auch den Taster hier ordentlich ausgefräst. Das Ganze mache ich mit dem 3 Millimeter Fräser. Wie gesagt, ich habe nochmal eine Kopie von dem Ganzen gemacht, um halt auch die Tasternadel für den zweiten Messtaster entsprechend auszufräsen. Ja, das war im Prinzip alles, was man so beachten muss. Und man kann sicherlich manche Teile hier drin auch noch ein bisschen vereinfachen, damit der Fräsvorgang etwas effektiver funktioniert und nicht so ganz viele Punkte erzeugt. Aber das ist dann so Optimierungsgedönse, was ich jetzt zum Beispiel hier überhaupt gar nicht benötigt hätte, weil ich fräse mir die Matte hier einmal. Und ja, die Zeit in dem Fall habe ich dann einfach und meine Fräse kriegt das schon hin. Gut, ich fräse das Teil jetzt und dann schauen wir mal, wie das Ergebnis wird und ob all das, was ich hier in Optimierungen eingebaut habe, tatsächlich funktioniert. So, Durchgänge mit dem 6 Millimeter Fräser sind durch und wie man sieht, hat sich nichts in dem Fräser bewegt. Sehr gut. Dann kommt hier die Nachbearbeitung mit dem 3 Millimeter Fräser. Leider habe ich immer noch keine gute Kameraposition, um den Fräser selber auch zu sehen. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, dass hat alles gut funktioniert und wir gucken uns jetzt mal das Endergebnis an. So, so sieht jetzt die Matte aus, frisch nachdem alle Fräseroperationen beendet waren. Also ich habe hier nichts mehr nachbearbeitet. Und man sieht, das ist absolut super. Selbst an den wirklich schwer zugänglichen Stellen, also sehr engen Stellen, wo der 3 Millimeter Fräser kaum Raum hat, um spendenlos zu werden, ist das Ergebnis wirklich super geworden. Dann wird diese Einlage eingeräumt und das war für mich der spannende Punkt, ob auch tatsächlich alles passt. Und ich bin wirklich super zufrieden, wie diese Matte am Ende rausgekommen ist. Ich habe sie nicht nochmal irgendwie nachbearbeitet. Alle Kanten waren extrem sauber gefräst. Ich bin wirklich mehr als zufrieden. So, jetzt sind mittlerweile auch schon wieder ein paar Tage vergangen, nachdem ich diese Einlage gefräst habe. Womit bin ich nicht so zufrieden? Also, meiner Meinung nach sind ein paar Sachen ein bisschen zu eng geworden. Zum Beispiel hier für den Messschieber. Die Aussparungen sind mir ein bisschen zu eng geraten. Das hätte ein kleines bisschen weiter sein können. Und ich habe auch Aussparungen vergessen, um zum Beispiel diese Messschraube hier rauszunehmen. Die ist jetzt da schön drin, aber die kriege ich nur mit sehr viel Umstand da wieder raus. Das muss ich entsprechend nochmal anders lösen. Aber sonst muss ich sagen, habe ich jetzt viele Messwerkzeuge auch regelmäßig benutzt. Und ja, ich bin eigentlich total zufrieden vom Gesamtergebnis her. Und kann jedem auf jeden Fall empfehlen, der so eine Organisationsform mag, sich sowas auch zu bauen. Wenn ihr keinen Zugriff auf eine CNC habt, was wahrscheinlich die wenigsten haben, das Ganze geht auch von Hand. Da habe ich in vergangener Zeit auch schon mal ein Video drüber gemacht. Ich verlinke euch das entsprechend und blende das jetzt ein. Das Video ist ein bisschen länger geworden. Muss man sich dafür entschuldigen? Keine Ahnung. Ich habe versucht, sehr viele Informationen reinzupacken, die unterschiedlichste Bereiche betreffen. Und da kann man nicht einfach so lapidar mal so drüber juckeln. Ich kann jedem auf jeden Fall die Software Contotrace 2020 empfehlen. Das Coole ist, für den privaten Gebrauch ist das Ganze kostenlos. Ihr könnt euch über die Webseite, die auch in der Videobeschreibung verlinkt ist, einfach eine Lizenz beantragen. Und dann könnt ihr Contotrace einfach kostenlos verwenden, um euch eure Werkzeugeinlagen oder andere Dinge, die ihr damit vielleicht vorhabt, zu machen. Das war es von mir an dieser Stelle. Ich habe noch ein paar Werkzeugeinlagen vor mir. Ich wünsche euch Froschaffen.